Hofft! Irgendein Idiot schreibt die ganze Zeit in die Kommentare Pimmel! Alter, wie kannst du sowas machen, du? Das ist doch, das ist doch niveaulos. Das macht man nicht mehr, weißt du, wir sind 21, 21, 21... Das sagt man nicht. Wir sind jetzt erwachsen. Ja, weil Titti ist, äh, vom Niveau her, ja, wir waren ja im Spiegel, im Kulturteil und seitdem dürfen wir... Pimmel ist gestrichen. Außer allen Videos. Ja. Pimmel. Hier ein kleiner Remix nur für euch. Pimmel. 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 Vielen Dank.